Ich muss gestehen, dass mir die Arbeiten zu diesem Album, die Aufnahmen und auch das ganze drumherum, das Finden, das Repertoire, das Üben des Repertoires so das Projekt war, was mir bis jetzt mit am meisten Spaß gemacht hat. So, geht das so? Kann man das so machen? Kamera läuft. Okay. Bitte. Alle da, alles bereit? Die Idee war es, barocke Arien und Chorwerke auf dem Horn zu spielen. Und ich wusste nicht, ob das Projekt überhaupt funktioniert, ob das Ganze klappt oder ob es völlig daneben geht. Ich glaube, wir können mal reinhören, oder? Können wir mal reinhören in ein Stück? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Was passiert mit einer Arie, wenn man den Text nicht hat? Der Titel Beyond Words, den wir für das Album ausgesucht haben, der gibt eigentlich schon ein bisschen die Antwort. Also zu Deutsch wäre das ja mehr als Worte oder über Worte hinaus. Und das war eigentlich die Idee, zu sagen, man nimmt eine Arie, die normalerweise einen Text hat, und spielt sie auf dem Horn, spielt sie mit den Klangfarben, die das Horn hat, mit den Artikulationsmöglichkeiten, die das Horn hat, und macht sie vom Text so ein bisschen frei und schaut, was steckt in der Musik noch zusätzlich drin. Dadurch, dass man eben keinen Text hat, gibt es eben auch für den Zuhörer die Möglichkeit, wahnsinnig viele Dinge zu interpretieren und wahnsinnig viele Dinge zu hören. Die Musik ist wahnsinnig stark, die ist wahnsinnig intensiv. Und das würde ich auch jedem Hörer irgendwie so ein bisschen empfehlen, sich so ein bisschen leiten zu lassen und einfach zu gucken, was passiert mit einem, wenn man diese Arien auf dem Horn hört. Alles ist richtig, alles ist irgendwie schön, alles ist irgendwie wahr. Und deswegen der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und das ist auch das, was ich an diesem Album so toll finde. Es sind viele kleine Welten, viele kleine Geschichten, die für jeden, der sie sich anhört, ganz individuell und ganz persönlich ist. Was empfindet man dort? Was für Bilder hat man im Kopf? Was für Geschichten hat man? Was für Assoziationen? Das wäre das, was mich freuen würde. Also man muss nicht wissen, um was es geht. Es ist nicht wichtig, dass man den Text kennt, sondern dass man sich einfach von der Musik an sich leiten lässt und sie genießt. Ja, ich würde sagen, das war es dann schon. Vielen Dank. Oh, das war es schon. Das ging ja schnell. Sehr gut. Vielen, vielen Dank und bis hoffentlich bald mal wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020